weiteren aufruf hier ja auch eine sichtbar einen weiteren aufruf ja, wenn jetzt nicht nur ne Falle kommt und ich wieder alles auf einmal machen muss also jetzt kommen noch einige Fallen ja aber so ruhig nicht rauskomme meine ich alter, wenn ich jetzt draufgehe, dann... dann 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 so er pflückt was ja auch nein aus put nicht do put Posten aus der Wann Kahn und du musst wieder abklappen der Allianz der Autos mit Begrüßt die Schnauze die Schnauze weißt was das schöne ist muss an den Fall wieder vorbei mit dem Fall wieder vorbei ja da muss oder nene 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 da ist wieder ne Falle nur nene das sehe ich nicht ein dann nochmal neu machen haha und wusch und wusch und das ist ein Teleporting so meine Freunde Kurschleckchen Kurschleckchen Ahm's Ehe, Fresse, ey Ah! Geil, ja, und jetzt wieder Konterwahl Ich will jetzt auch wieder, warte mal eben so So, so, jetzt seht ihr mal was, wie Benni sich da alles... Ja, ne, ganz ehrlich, das ist jetzt das erste Mal, dass es so gemacht hat Ja, Low Hell, genau, Arschleckchen, mal freuen Ich will dich doch weg, ey Oder, da... Ganz ehrlich, ne Füh, nicht geisteskrank Ey, war schuld, oder? Ich muss mir erst mal vorstellen, dass das auch original N64 spielen muss mit Verzögerung Ja, und da gibt's auch so, wenn solche, äh, netten Hips-Dinger Ja, wir hab' ich nicht genutzt Tja, ich hab' euch dafür keinen Erfolg Ha! Na, hier, der geht's rein kompott! Na, ehrlich? Versagen, 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 Versagen! Was soll das Versagen? Ja, das musst du da durch und jetzt kommt gleich der Sumpf-Monster, ja! Sumpf-Monster! Sicher ist auch scheiße! Yeah! Intergalactic Cyber-G! Komisches Kanar-Rattensystem hier, keine Ahnung Kanar-Rattensystem, genau! Ja, du bist der Kanar-Rattensystem! Leser-Schwerter! Yo, Kanar-Rattensystem! Was? Ja, ja, genau! Ja, ich bleib' voll aus! Oder geradeaus? Rechts, links? Einfach durch! Irgendwoher! Ja! Soviel dazu! Mhm! Gott, Hilfe! Und die Musik wird auch immer lauter! Die Wände kommen näher! Ja! 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 Ich werde uns gerne das Leben holen! Aber... Du musst ja alles holen, was du klappen kannst, schnapps-idealer Pokémon, schnapp-i-jerk-Kur. Ja! Ja, ich habe die Form auf jeden Fall aus. Ja! ein T-Rex ein Jahr mit der Fusionskanone Fusionskanone und Attacke noch ein von zwei AP mein Gott ich glaube ich war immer noch ein Lettel von Pokémon er zuerst die alten Editionen Gelb gelb ist geil das habe ich so oft gezogen so unzählige Male durch einmal durch aber unzählige Male eingefahren bis zum sechsten Orden habe ich immer dann die schwersten Editionen ever die schwersten ich fand das geil mit Missing No bei der bei der G-Medition mit Blau und das war so richtig geil Missing No und dann auf Amazon den habe ich mal gefangen so habe ich mal der Blaue Edition am Arsch bekommen er hat Lennon hat nun von der Poké und auf einmal die Akkord aufwand so er will die dann einmal Prozent in irgendeinem Kampf einsetzen gewinnt die hart Prozent xp und dann Prozent der Einzelnen in die Lerbe 100 und nur wo er ist du musst wieder raus irgendwo raus doch ganz aus jetzt bin ich hier auch da noch glaube ich so ein schützendlich abgeschlossen haben sich zum ersten post kommen er hat so direkt oder dazu um Prozent ich glaube um oder nun keine Ahnung mehr ich weiß dass noch nicht mehr und so in dieses Kanalsystem das ist so wahrscheinlich und und die Säge die Wunschel es wird natürlich die Hunde und hunde ach so ja okay ja ich habe gar nicht daran gedacht ich war gerade wo bei anderen möpsen ja ich bin ich wieder hier ja ich glaube du musst doch wieder zurück er hätte bettete mops mit öl was heißt bei dir doch wieder zurück ja ja was heißt es bei dir ja einfach wieder zurückgehen und jetzt da runterspringen ernsthaft oder sagst du mir hier ich sag ja nein du musst wirklich da runter ich bin untergesprungen wenn ich dort falsch bin dann das sieht aber sehr nach da aus wo ich gerade war ja das ist doch nein das ist davor wo ich gerade war muss ich da oben oder unten oder wohin und muss nach oben okay naja in der 3-Modus und so langweilig zu ja es soll an welcher ich will es endlich haben weil wir fressen mich hin weiter dass das spiel macht mich geistig fettig das ist ja wirklich ich bin ich bin ich habe zittern weil es irgendwie es ist so viel das ist so gut muss auch ein Wort und den Gottmodus an das ist doch langweilig nein wirklich ich mache es bis zu einem Postal behalte ich ihn an ich habe ich habe da keine Nerven für ich Alter das ist schon wie amnesia und ich habe das schon durch gespielt hey dann spiel mal äh hier nein spielst du geil oder sowas ich bin nicht Penumbra ey du musst mal I Wannabe the Guy spielen ey boah du tickst so aus ich habe das Gefühl hier war ich schon und ich glaube hier war ich auch schon nein genau hier war ich eben schon also muss ich gar nicht nach oben siehst du hier bin ich eben runtergesprungen du Vogel ich weiß es jetzt auch nicht mehr ich habe keine Ahnung mehr davon das ist voll die Scheiße ich würde ja aber gerne wissen wie man mit Flymode hochlich und wie man hier auch wieder runterfliegen kann jetzt verstehe ich ja er ist verstanden da kannst du für mich ja und da Teleporter Teleporter und wieder eine Falle ach wenn er schon machen die mich nicht ins und des nö nun kann sie einfach durchlaufen mit deinem Gottmodus ja stimmt was auch richtig aber ich nicht ja ich glaube ich drüber fliegen aber das wäre noch lange oh man ey ah halt bloß die Schnauze äh das lebt der was schon wieder im Falle über einen Falle Lerl 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 hast du gedrückt halt so eine Art Antigravitationsteil meins Wasser so ist so eine Art wie Wasser und auch ja diese eine Wassersäule dabei ist in der Welt hier oder was ja ja so wie auch mit er das soll ich bin muss dann und hast du gedrückt hält Kürzinger ja wo so kann oder präsentieren so bei einer Ahnung ist vor dem Kämpfer er war mit der Normalheit ich will die Versuchskanode die in Kriff noch mal alle Waffen wirklich vor dem Kampagne kommt vor allem Dichens hier bleiben T-Rex muss so noch hier und aufbewahrt Prozent Prozent und diesmal die Hunde oder Hälfte in der Eichhälfte was er stimmt ja und Prozent der Röhrer der Gäste sind es er wird er wird ja er versteht den zentralen sterben das hat aber auch ein Wort gewünscht ist da aus dem Schiff was so weit wie möglich nach oben das ist wie bei wie bei letzten doch selber in das Kanäle ab und es ist echt die Gäste Prozent Prozent ich bin Turok und reden über selten auch zu schaffen alles kann da und aus der Hohen das ist jetzt mit das habe ich übersehen Speicherpunkt ist ja auch irgendwo ja und er besteht auch schon bald da ja, ja, alle werden sterben ich würde ja brauchst alle beide wer zuerst du und auch geil ist, wenn du dich von dem T-Rex angreifen lässt, ne, wenn er dich tötet, dann muss man den Katzen dazwischen lassen, das ist richtig geil das will ich aber nicht ich bin nicht nachher Game Over viele Leben hast du denn auch über 5 100 Tech Amor und 250 Leben glaubst du wirklich geht auf? äh, spätestens beim Campania wo muss ich hier lang? ja 3 und jetzt da lang und dann da den Kostabzweigungen, da ist so ein Abzweigungswesen, ja, weiß nicht, keine Ahnung ja, nein, vielleicht da muss ich mal ich auch nicht mit Dussport, aber egal, es gibt so ja, hier ist etwas, was in Gelb und ist alles zu sagen du kühne du gek Ich will da, guck mal. Sieht aus, da war die...